Wenn du weißt, wie man reich wird, wo ist dann deine Rolex? Wenn du weißt, wie man ein erfolgreiches Startup gründet, wo sind dann deine Mitarbeiter? Wenn du weißt, wie man richtig gute Noten im Studium schreibt, wo sind dann deine 1-0er? Das sind alles Fragen, die du dir mal stellen solltest. Jetzt nicht, weil du sagst, ich weiß, wie man reich wird, nicht, weil du sagst, ich weiß, wie man ein erfolgreiches Startup gründet oder sonst was, sondern einfach auf das bezogen, wo du schon immer von dir selbst denkst, dass du es eigentlich weißt, wie es geht. Und wenn du es nur machen würdest, dann hättest du schon längst die Ergebnisse, die du dir erträumst. Warum ist das ein wichtiges Video? Warum ist das ein Video, was du dir jetzt hier auf diesem Kanal anschauen solltest und auch bitte bis zum Ende anschauen solltest? Nun, ich weiß, dass das super viele von euch genau dieses Phänomen trifft, dass man eigentlich weiß, wie etwas geht oder man denkt zumindest, dass man weiß, wie etwas geht und es sich so hart einredet, dass es gar nicht schwer ist, dieses Ziel zu erreichen, weil man ja den Weg kennt, dass man es gar nicht erst macht, weil man weiß, man müsste einfach nur die Arbeit reinstecken und schon hätte man das Ergebnis. Ich selbst bin davon absolut nicht immun. Ich selbst bin da genau bei euch, weil ich selbst habe mir zum Beispiel im Abitur auch immer gesagt, ja David, eigentlich, komm ganz ehrlich, bist du der Allerschlauste und wenn du wöltest, dann könntest du auch ein 1-0-Abitur schreiben. Wenn du wöltest, dann könntest du in jeder Klausur der Beste sein bei dir in der Klasse. Du weißt ja, was du machen müsstest, aber du weißt ja, du könntest ja eh machen. Warum sollst du dich dann anstrengen und das erreichen? Du weißt ja, du könntest eh machen. Genau das Gleiche irgendwie mit dem Fitnessstudio. Ich muss sagen, man sieht mir nicht an, dass ich aktuell regelmäßig ins Fitnessstudio gehe und man sieht mir vor allem nicht an, dass ich schon mit 15 Jahren das erste Mal im Fitnessstudio war. Aber das Ding ist, ich habe mir immer gesagt, ja gut, theoretisch, wenn ich so oft ins Fitnessstudio gehen würde wie der und der, wenn ich mich so und so ernähren würde wie die und die oder der und der, dann könnte ich auch so aussehen, ist dann nicht so schwierig. Warum habe ich es nicht gemacht? Nun, weil es doch nicht so leicht ist. Ja und wir bekommen das extrem oft mit, bei uns zum Beispiel im Rahmen von dem Vorgespräch, wo wir immer die Bewerberinnen und Bewerber für die Status quo-Analyse und später auch für das Coaching screenen, kriegen wir so oft den Kommentar oder ich lese es auch super oft irgendwie in meinen DMs, irgendwie auf Instagram etc. So ja, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Oder wenn ich, wenn ich wölte, dann hätte ich ja auch so gute Noten. Oder ja, wenn ich mich im Abi angestrengt hätte, dann hätte ich auch richtig gutes Abi geschrieben. Aber ja, es wurde jetzt zwar nur ein 2-4er-Schnitt, aber ja, ich habe nicht gelernt. Und wenn ich gelernt hätte, dann hätte ich so ein gutes Abi geschrieben. Und ja, jetzt das Praktikum nach dem 2. Semester, das war nicht so gut, aber hätte ich mich mehr reingehängt, dann wäre das deutlich besser gewesen. Und jetzt weiß ich ja, wie es geht. So und das ist halt so ein Ding, dass ich mir selber auch zum Beispiel, wie gesagt, in der Schule auch immer eingeredet habe und voll drauf reingefallen bin. Weil das ist so eine Falle, das ist eine massive Falle von Leuten, die eigentlich ziemlich, ja was heißt nicht von sich selbst überzeugt sind, aber von Leuten, die eigentlich schon viel Potenzial haben. Das ist so eine Falle, die sich sehr schnell im Kopf von Leuten bildet, die eigentlich das Potenzial haben, richtig geile Erfolge zu erzielen, die aber es sich nicht final zutrauen, die vielleicht doch nicht die eiserne Disziplin haben, das durchzuziehen. Oder die wegen irgendwelchen Mindset-Fehlern vielleicht, weil man vielleicht denkt, ja, wenn ich jetzt so gute Noten schreibe, dann lästern alle meine Freunde über mich und sagen, ich bin Streber. Die sich wegen irgendetwas unbewusst davon abhalten lassen, wirklich dieses Ziel zu erreichen. Und ich möchte jetzt einfach mal, ich spreche jetzt einfach so ein paar Themen an in diesem Video, um dich mal dazu, dahingegen zu sensitivieren, weil ich so viele von euch das die ganze Zeit machen sehe und machen höre. Dass man sagt, ja, wenn ich wölte, dann wüsste ich ja, wie ich da hinkomme, aber ich mache es einfach nicht. Aus welchem Grund auch immer. Ja, bei mir war das dann so, ich habe mir dann im Abitur immer eingeredet, ja, wenn ich wölte, dann könnte ich so gute Noten schreiben. Wo ich dann im Studium war, dann hat es Gott sei Dank bei mir Klick gemacht. Und dann habe ich halt gesagt, okay, David, jetzt hörst du mal auf mit diesem, wenn ich wölte, sondern jetzt machst du es auch einfach mal. Jetzt lernst du mal so, wie du lernen würdest, wenn du richtig gute Ergebnisse erzählen wollen würdest. Und dann holst du dir mal die Ergebnisse. Und das war so ein befriedigendes Gefühl, wo ich dann mein erstes Semester mit nur 1.0 und 1.1.3 bestanden habe. Weil dann konnte ich mir zum ersten Mal eigentlich wirklich im Spiegel in die Augen schauen und wirklich zu mir sagen, okay, David, du hast dich nicht angelogen. Und bis du einmal Taten sprechen lässt, basierend auf deinen eigenen Gedanken und so weiter, kannst du meiner Meinung nach nicht dir selber im Spiegel in die Augen schauen und wirklich sagen, okay, du weißt wirklich, wie es geht. Weil du hast keine Ahnung, was noch auf diesem Weg dahin passiert. Ich hatte in der Schule keine Ahnung, wie schwer es wirklich ist, sehr, sehr gute Noten zu schreiben. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass so gut wie jeder Profisportler Dinge durchlebt hat, von denen sich ein anstrebender Profisportler nicht mal ansatzweise vorstellen kann, wie zäh das ist, was für eine eisene Disziplin man braucht, wie hoch das Durchhaltevermögen ist, das man braucht, um auf diese Top-Position zu kommen, in einem Sport, egal in welcher Art und Weise. Es gibt ganz, ganz viele Hobbysportler, die sagen, ja, wenn die Knieverletzung nicht gekommen wäre, dann wäre ich richtig krass gewesen. Wenn ich mich nur so anstrengen würde, aber Partys und so weiter sind mir wichtiger, aber wenn ich mich nur so anstrengen würde, dann könnte ich da auch hin. Das ist ja nicht so schwer. Warum machst du es dann nicht? Jetzt kann man natürlich bei mir sagen, ja, David, wenn du wüsstest, wie man Karriere macht, warum machst du dann nicht selber Karriere? Nun, ich wage mal zu behaupten, dass ich es schon geschafft hätte. Aber wer wissen möchte, warum ich jetzt ein Unternehmen mitgegründet habe, da kann gerne mein Video dazu anschauen. Dazu habe ich in München mal eine Rede gehalten. Die findest du unter den letzten Videos auf meinem Kanal. Ich kann sie dir auch unten in der Videobeschreibung oder hier oben mal verlinken. Aber es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn du dich selber nicht mehr anlügst. Wenn du dir selber offen und ehrlich eingestehen kannst, dass du auch das erreichen kannst, was du dir vornimmst. Und ganz ehrlich, solange du es noch nicht geschafft hast, was du sagst, was du denkst, du kannst es, dann weißt du nicht sicher, ob du es auch schaffen wirst. Das kann ich dir zu hundertprozentig sagen. Natürlich kann ich jetzt nicht zu einem Erstsemester sagen, ja, wenn du wüsstest, wie man zu McKinsey kommt, warum bist du dann noch nicht bei McKinsey? Das ist fair, ne? Weil du kannst im Erstsemester noch nicht bei McKinsey sein, außer dein Papa ist dort Partner oder so. Dann geht das vielleicht schon. Aber dennoch gibt es gewisse Steps quasi, die auf diesem Weg dorthin das Optimum wären. Und wenn du wüsstest, wie man zu McKinsey kommt auf dem schnellstmöglichen Weg und du hast noch nicht dieses Optimum erreicht über die letzten drei, vier, fünf, sechs Monate, dann weißt du es offensichtlich nicht perfekt. So, und das führt mich jetzt hier zum letzten Punkt des Videos. Und zwar ist es extrem wichtig für all diejenigen, die sich hier irgendwie ertappt fühlen. Ich meine, das sind vermutlich Leute, die schon ein gewisses Selbstbewusstsein haben, die von sich auch selbst überzeugt sind. Und du willst es jetzt gerade nicht wahrhaben, dass ich recht habe. Du willst es nicht wahrhaben. Du sagst, ja, komm, David, hör auf, mich hier vollzureden. Ich weiß wirklich, wie es geht. Ich habe es nur noch aus den und den Ausredengründen noch nicht gemacht, aber ich weiß es wirklich. So, das heißt, du hast wahrscheinlich ein gewisses Selbstbewusstsein, bist vielleicht auch ein bisschen ignorant gegenüber Ratschlägen. Und jetzt möchte ich mal eine Sache sagen. Leg dein Ego ab. Du kannst dein Ego gerne hochhalten bei irgendwelchen unwichtigen Sachen. Aber leg dein Ego ab, wenn es um deine berufliche Zukunft geht, wenn es um deine Karriere geht. Dein Leben ist viel zu wertvoll, als dass du dir das von deinem Ego versauen lässt. Deine Karriere, wo du zum Berufseinstieg landest, wo du dann die nächsten fünf bis zehn Jahre danach landest, das beeinflusst dein komplettes restliches Leben. Das wird beeinflussen, wie viel Geld dir zur Verfügung steht. Das wird beeinflussen, was du für eine Work-Life-Balance haben wirst. Das wird beeinflussen, was für langfristige Möglichkeiten du haben wirst. Das wird beeinflussen, mit was für Leuten du abhängst. Und, und, und. Das wird vor allem beeinflussen, mit was für einer Arbeit du einen sehr, sehr großen Teil deiner kostbaren Lebenszeit verbringen wirst. Und dir das von deinem Ego zerstören zu lassen, weil du dir weiterhin selber einreden möchtest, du kennst den idealen Weg, du hast es bisher nur noch nicht aus den und den Ausreden umgesetzt, ist komplett dumm, meiner Meinung nach. Kannst du gerne anders sehen, dann kannst du es gerne weiterhin so machen. Aber ich kann dir wirklich aus eigener Erfahrung sagen, es gibt nichts Geileres, als wenn man einmal das Ego ablegt, offen ist, für externen Input, offen ist für eine neue Richtung, eine bessere Richtung und sich dann ein für alle Mal beweist, dass man wirklich nicht nur reden kann, sondern auch Ergebnisse folgen lassen kann. Das heißt, worauf ich hinaus möchte, es ist kein Zeichen von Schwäche, es ist kein Zeichen von Dummheit oder es doch nicht perfekt können, wenn du sagst, okay, ich bin gerade vielleicht schon auf einem sehr guten Weg, aber ich bin noch nicht auf dem perfekten Weg und ich bin bereit, mir jetzt externen Input zu holen, um auf diesen perfekten Weg zu kommen. Aber wenn du das verstanden hast, dann fängst du wirklich an, alles aus deinem Potenzial rauszuholen und genau dieses Verständnis, dass es sinnvoll sein kann für gewisse Ziele, vor allem, wenn sie wichtig sind, sich externen Input zu holen, um sich Shortcuts zu holen, um gewisse Schritte schneller zu machen, um gewisse Fehler zu vermeiden. Das gehört eben genauso zu diesem Verständnis und genauso zu diesem Ego ablegen, wie dann dieses Ziel am Ende des Tages zu erreichen. Weil wenn du weißt, es gibt eine Lösung, es gibt irgendwie ein System, was dafür sorgt, dass du dein Ziel schneller erreichst und du nimmst diese Lösung, dieses System wissentlich nicht wahr, dann lügst du dich wieder genauso an, wenn du sagst, es ist dir wichtig, dieses Ziel zu erreichen. Und das jetzt bezogen auf das Thema Karriere, auf das Thema Erfolg, irgendwie was Praktika angeht in Investmentbank, Strategieberatung, Private Equity, ist eben die Lösung, das System ist das, was wir jetzt mit Pumpkin Careers über die letzten zweieinhalb Jahre aufgebaut haben. Das weißt du auch, weil du kriegst vielleicht jetzt nicht jede Erfolgsstory mit, aber du kriegst wahrscheinlich schon Erfolgsstories mit von uns. Und wenn du dich mal ein bisschen mehr über unsere Webseite informierst, dann siehst du noch sehr, sehr viel mehr Erfolgsstories oder auf unserem Pumpkin Careers YouTube-Kanal, wo wir seit Monaten jede Woche neue Erfolgsstories hochladen. Wenn du mal mit den Leuten sprechen würdest und dir die Profile der Leute anschauen würdest, wie wir beispielsweise auch in unseren Webinaren oder so featuren, wirst du sehr, sehr schnell erkennen, dass da viele Leute dabei sind, die in deiner Ausgangssituation einfach schon krasser sind, weil sie schon früher angefangen haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Und da musst du einfach dir eingestehen, okay, du bist gerade nicht auf dem allerperfektesten Weg, aber es gibt eine Möglichkeit, dass du ab sofort auf den perfekten Weg kommst. Das sind wir, das ist Pumpkin Careers. Davon kannst du dich gerne selbst überzeugen, dafür kannst du gerne auch mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern dich austauschen. Das ist nicht so schwer, einige der Leute, die zum Beispiel Videos mit uns gemacht haben, irgendwie über LinkedIn zu finden, die dort mal anzuschreiben. Du kannst unsere ganzen Ambassadors kontaktieren, die sind ebenfalls auf unserer Webseite verlinkt. Du kannst die ganzen Presseartikel im Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Business Insider etc. über uns lesen. Aber am Ende des Tages musst du für dich erkennen, okay, es ist dumm, dir deine Karriere, dein Potenzial von deinem Ego zerstören zu lassen. Ja, vielleicht zerstört dein Ego nur 5% von deinem Potenzial, vielleicht zerstört aber dein Ego auch 500% von deinem Potenzial. Aber ganz ehrlich, selbst wenn du deine Ego nur 5% von deinem Potenzial zerstört, sind das so und so viele hunderte Stunden an unnötiger Arbeit, die du dir machen wirst, dann ist das so eine unfassbar große Menge an Geld, auf die du über deine Lebenszeit verzichtest. Es wäre einfach schade, wenn es daran scheidet. Und es gibt meiner Meinung nach gewisse Lebensbereiche, da ist es jetzt nicht ganz so wichtig, das absolute Optimum herauszuholen, weil man es nicht so sauber messen kann und weil es vielleicht nicht so einen krassen Einfluss auf dein restlichen Leben haben wird. Aber dieser Bereich Karriere, Beruf ist bei jedem von uns, außer wir sind mit einem sehr, sehr guten familiären Background gesegnet, wodurch wir gar nicht mehr später arbeiten müssen, außer in diesem Falle wird der Beruf einen riesengroßen Anteil in deinem Leben einnehmen. Und es wäre einfach schade, wenn du da nicht alles rausholst, weil du bist jetzt noch in einer Situation, wo du alles rausholen kannst. Und nebenher möchte ich dich wirklich herzlich dazu einladen, mal zu uns, zu Pumpkin zu kommen. Unsere Website findest du unten in der Videobeschreibung. Da findest du, wie gesagt, ganz, ganz viele Infos. Da findest du ganz viele Infos zu Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Da findest du Infos, was die Nachrichtenmagazine etc. über uns schreiben. Du kannst die Leute kontaktieren und so weiter und so fort. Und dann kannst du dich einfach mal bei uns eintragen. Und dann hoffe ich, dass wir im Vorgespräch, was du dann direkt ausmachen kannst, nachdem du dich beworben hast, von dir nicht hören, ausreden wie, ja, eigentlich weiß ich ja, wie es geht, nur ich habe es nur nicht gemacht, bla 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 bla, sondern dass du sagst, hey guys, ich habe bisher das und das gemacht, aber mir ist bewusst, dass ich noch nicht alles herausgeholt habe. Und selbst wenn ich bisher schon alles rausgeholt habe, möchte ich wirklich sicherstellen, dass ich auch weiterhin alles heraushole. Und dafür möchte ich hier mit euch zusammenarbeiten. Und wenn du uns das sagst, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch. Und wenn du diese Ziele vor allem auch hast, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass du einen Platz auch bei uns finden wirst im Rahmen von unserem Elite-Coaching, und wir gemeinsam richtig Gas geben können. Ich würde mich super darüber freuen, möglichst viele von euch auch in einer engeren Zusammenarbeit bei uns wiederzufinden, weil dann können wir wirklich alles herausführen, dann können wir wirklich dafür sorgen, dass jeder Einzelne von euch das Maximum aus seinem Potenzial, aus seinem beruflichen Potenzial herausholt. Das war's. Ich freue mich auf deine Bewerbung. Bis dahin, viele Grüße. Dein David. Das war's. Dein David. Vielen Dank.